Hallo liebe Kitzingerinnen und Kitzinger, heute wieder zu RathausTV nach der Stadtratssitzung am 22.07.2021. Die Sitzung hat heute mal wieder ein bisschen länger gedauert, tatsächlich bis kurz vor drei Viertelzehn, aber am Ende war glaube ich auch noch ein ganz wichtiges Thema auf der Tagesordnung gestanden, da hat es das auch gebraucht. Aber fangen wir mal von vorne an. Als allererstes haben wir uns damit befasst, ob die Stadt Kitzingen in Zukunft die Überwachung des fließenden Verkehrs übernimmt. Da hat der Stadtrat den Grundsatzbeschluss gefasst, dass wir das tun sollen. Als nächstes steht jetzt die Ausschreibung an, wir sollen uns da eines Dienstleisters bedienen, den werden wir jetzt über ein Ausschreibungsverfahren auch suchen und dann gilt es, wenn wir den gefunden haben, gilt es mit der Polizei die Messstellen abzustimmen und dann frühestens Januar werden wir dann tatsächlich in die Überwachung des fließenden Verkehrs einsteigen. Innerhalb der Ortsschilder, wohlgemerkt. Ein zweites Thema, bei dem wir heute leider nicht vorangekommen sind, was aber vielleicht aus meiner Sicht schon wichtig gewesen wäre, aber gut, machen wir ein anderes Mal weiter, war das Thema Breitbandausbau. Wir wollten einen Kooperationsvertrag mit der Glasfaser Deutschland abschließen. Da hat der Stadtrat gesagt, ja, da haben Sie noch zu viele Nachfragen. Da werden wir jetzt mal einen Vertreter der Firma einladen, dass der nochmal informiert und Fragen beantwortet und dann bin ich guter Dinge, dass wir da auch weiter vorankommen. Im weiteren Fortgang waren diverse Anträge auf der Tagesordnung gestanden. Der Antrag der KIK-Fraktion zum Thema Bürgerbeteiligung in der Innenstadt hat eine knappe Mehrheit gefunden, mit 16 zu 14. Da haben wir jetzt den Auftrag, eine Stadtratskommission einzurichten, die sich damit beschäftigt, mit welchen Modulen, mit welchen Werkzeugen die Bürgerbeteiligung stattfinden soll. Der Antrag der SPD-Fraktion zu dem Thema Innenstadtbeteiligung hier einen Bürgerrat einzurichten, ist dagegen mit deutlicher Mehrheit abgelehnt worden. Und ganz am Ende der Sitzung war das große Thema, die Entwicklung am Etwashäuser Bahnhof. Der Investor hat da seine Planungen, seine groben Planungen vorgestellt. Da gab es eine ganz diffuse Diskussion. Es gab Bedenken wegen der Gebäudehöhe. Wie läuft die Erschließung? Ist das nicht alles ein bisschen zu massiv? Wie ist das mit der Kalt- oder Frischluftschneise? Das war auch so ein Thema. Alles in allem. Trotzdem wichtig, dass wir heute darüber diskutiert haben. Nächste Woche steht es dann auf der Tagesordnung. Da soll dann der Stadtrat den Aufstellungsbeschluss fassen, damit wir dort in Richtung Wohnen die Entwicklung vorantreiben können. Ja, jetzt war es für mich ein langer Tag. Ich freue mich, dass Sie wieder bei RathausTV reingeschaltet haben und weise schon mal auf die nächste Woche hin. Da haben wir auch super Themen im Stadtrat. Bei Lust und Laune kommen Sie einfach mal vorbei. Da geht es unter anderem auch um den Bahnhof, wie es dort weitergeht. Ich glaube, das wird auch eine spannende Sitzung. und da geht es um die Sitzung. So, jetzt haben wir jetzt die Sitzung. Vielen Dank.